So Leute, was geht? Ich bin's wieder, eure Becky und ich bin wieder am Start für euch mit einem neuen weihnachtlichen Video für euch, aber es wird auch noch gleichzeitig eine weitere 3 Uhr Nachts Challenge, aber ich hoffe, dass die nicht allzu creepy wird, also abgesehen davon, dass es die Teufels und die Mondstunde ist, aber ich glaube, es wird schon creepy, denn allein wegen diesen 11 von der Schelf hier, weil ihr meintet alle, der bewegt sich total und das heißt, der ist ultra verflucht oder so, ich habe keine Ahnung Leute, aber das macht mir irgendwie ein bisschen Angst, deswegen habt unbedingt ein Auge auf die, während ich jetzt heute was mache, also ja. Äh, hallo? Was sollt ihr das jetzt? Ah! Ja, jedenfalls geht es jetzt nicht um die 11 von der Schelf, sondern wieder um den Grinch und das wird für ihn, dachte ich mir, die allerletzte Chance sein, damit er mir meinen Weihnachtsbaum wieder zurückgeben kann und bevor ich ihn versuche zu hotten mit meiner AirTag-Falle, Leute, ich habe mir etwas überlegt, für ihn zu machen, heute um 3 Uhr Nacht, ja, das ist ein sehr besonderes Geschenk von mir. Nein, aber wie ihr wisst, das Lebkuchenhaus hat nichts gebracht, das war anscheinend falsch, ich habe sogar eine Overnight-Challenge in einem XXL-Lebkuchenhaus gemacht und scheinbar war es auch nicht das Richtige, weil er hat weder auf mein Bild reagiert, noch hat er mir meinen Weihnachtsbaum zurückgebracht, ich dachte ja, vielleicht hat er meinen Weihnachtsbaum zurückgebracht, weil er hier reingegangen ist in mein Haus, keine Ahnung, wie er das angesteht hat, aber er ist einfach mal eingebrochen, aber hat er auch nicht gemacht, keine Ahnung, vielleicht hat er nach seiner versteckten Kamera gesucht, laut Charlie Charlie hat er hier welche versteckt. Jedenfalls ist nicht mein Weihnachtsbaum wieder aufgetaucht und nein, Leute, ich möchte meinen Weihnachtsbaum zurückbekommen und nicht irgendeinen neuen kaufen, weil erstmal wird es schwer, so einen schönen wiederzubekommen und ich weiß ja auch nicht, ob er vielleicht den nächsten auch klauen würde. Ich glaube nicht, dass er so wäre, dass er mir einfach meinen Weihnachten gönnt, ja, das glaube ich nicht, aber vielleicht auf diese Art und Weise hier, denn ich habe mir die verfluchte Nummer von Cindy Lou angeschrieben und sie meint ja, ich soll ihn irgendwie davon überzeugen, dass es mir nicht nur um Geschenke geht und ihn irgendwie an den wahren Sinn der Weihnacht erinnern. Und ich habe auch gehört, dass der Grinch sich sehr schnell geschmeichelt fühlt, wenn es um ihn selber geht und deswegen dachte ich mir, mache ich ihm heute, weil er mir auch eigentlich aufgetragen hatte, ein Lebkuchenhaus zu machen, einen Lebkuchenmann, der so aussieht wie der Grinch. Ja, das ist mein Plan, Leute, das ist die allerletzte Möglichkeit, dachte ich mir, ich werde ihm davon ein Bild schicken und seine Reaktion abwarten, vielleicht reagiert er gar nicht mehr, ich weiß es nicht, oder vielleicht funktioniert es ja, aber das dachte ich mir, mache ich heute und das habe ich noch nie zuvor gemacht, ja. Ich habe mir so ein bisschen angeschaut, wie andere das machen, um ein paar Tipps irgendwie mir reinzuholen, weil ich bin nicht so geschickt eigentlich mit diesem Zuckerguss und so, aber ja, damit werde ich das vielleicht ja hinbekommen, keine Ahnung. Und ja, lasst auf jeden Fall unbedingt Dauer nach oben da, wenn ihr weiß, ich kriege am Ende meinen Weihnachtsbaum. Leute, es ist nicht mehr lange bis Heiligabend, ich brauche eure Unterstützung, vielleicht sieht es ja auch sogar der Grinch. Und wenn ihr noch hier seid, lasst gerne ein Abo da, aktiviert die Glocke, da verpasst ihr auch kein neues Video und ich würde sagen, let's go. Das ist jetzt meine Lebkuchenmann-Packung hier, den Zuckerguss werde ich aber hier nicht benutzen, da habe ich meinen eigenen grünen dann, den ich benutze, weil er muss ja richtig grün sein. Und ich habe noch so allerlei andere Sachen hier, das zeige ich euch gleich mal. Das ist hier meine, tadaa. Ich werde jetzt gleich noch hier Backpapier raufmachen. Hier ist irgendwie Zuckerguss drin, was wir nicht gebrauchen können. Smarties, sind da grüne dabei? Doch, zwei grüne sogar. Auf jeden Fall brauchen wir es auch für die Augen und mehr ist hier nicht drin, ja. Aber der sieht so cool aus. Leute, guckt euch mal den Lebkuchenmann an. Voll cool. Ich hoffe, der sieht am Ende schön aus. Also wenn ich ihn da nicht an den Sinn der Weihnachten erinnere, dann weiß ich auch nicht, weil, hallo, er ist die ganze Zeit fies zu mir. Er hat meinen Weihnachtsbaum geklaut. Er geht hier rein und raus. Er hat hier irgendwie Kameras versteckt. Wer macht da jemanden noch einen Lebkuchenmann, der so aussieht wie die Person? Beziehungsweise wie der Grinch. Ich glaube, keiner würde das vor allem machen, okay? Auf jeden Fall habe ich hier noch so allerlei Streusel geholt, die ich vielleicht irgendwie raufmachen könnte. Die so auch grün sind und Grinch-mäßig aussehen, damit ich das so ein bisschen verziere. Ich dachte mir, ich mache jetzt kein Weihnachtskostüm. Diese Variante habe ich auch gesehen. Ich finde irgendwie einen ganz grünen Grinch besser. Aber deswegen, ja, weil er ja eh meinen Weihnachten versauen möchte, werde ich ihn bestimmt nicht wie Santa anziehen. Also werde ich ihn komplett grün machen. Wir brauchen auf jeden Fall hier das hier. Fondant oder so. Weil er braucht einen fetten Bauch und eine Nase. Ich weiß nicht, ob ich das hinbekomme, Leute. Ich habe mir noch solche Stäbchen hier geholt, um das noch ein bisschen zu verstreichen und schöner aussehen zu lassen. Smarties. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Soweit alles vorbereitet, Leute. Hier ist mein weihnachtliches Backpapier und es passt perfekt einfach mal zum Lebkuchenmann. Zufall, ich glaube nicht. Ich habe noch nie Fondant benutzt oder wie auch immer das heißt. Ich hoffe, das spreche ich richtig aus. Aber daran allein sieht man, dass ich mich damit nicht auskenne. Aber damit soll es angeblich besser aussehen, wenn man einen Grinch-Lebkuchenmann macht. Ich hoffe, das reicht. Das ist ein bisschen wie Knete, aber auch ein bisschen irgendwie weicher als Knete. Oh, ich mag das. Reicht das überhaupt für seinen Bauch? Nee, es muss auf jeden Fall dicker sein. Oh ja, das sieht fett aus. Ein fetter Bauch. Ich nehme ein bisschen hier weg, damit das doch nicht so rund aussieht. Ein bisschen platter sollte es schon aussehen. Ich glaube, so kann ich das lassen. Damit bin ich echt zufrieden. Jetzt kommt noch seine Nase rauf. So, ein bisschen platt machen. Und hier ein bisschen reindrücken. Ich habe nicht so professionelles Werkzeug gefunden, was andere benutzen für sowas. Deswegen muss ich ein bisschen improvisieren, Leute. Oh, jetzt sieht die Nase schon besser aus. Sein Bauch ist schon ein bisschen fett, ne? Vielleicht sollte ich doch ein bisschen abnehmen. Hat ein bisschen was von dem Bär, ist aber seine Nase. Und ich finde den Mund eigentlich ganz gut. Und ja, das ist sein dicker Bauch. Und jetzt kann endlich mit dem Zuckerguss angefangen werden. Und der wird jetzt komplett grün. Hier ist jetzt meine Zuckerglasur, die ich grün gefärbt habe. Und jetzt kommt das hier rauf. Oh mein Gott. Ich habe Angst. Ich hoffe, es sieht gut aus. Ich mache jetzt mal die Umrandung. Oh mein Gott. Das kommt hier oben ja schon raus. Bleibt drin. Ich glaube, ich sollte das nach unten drücken, oder? Oh mein Gott, das ist so unprofessionell. Oh mein Gott. Daran sieht man, dass ich das so wahnsinnig mache. Ihhh, es läuft schon rüber. Machen einfach weiter. Vielleicht hätte ich nicht so viel rauf. Oh mein Gott. Das sieht jetzt ugly aus. Das ist ein bisschen too much hier oben. Warte mal. Katastrophe, Leute. Ich musste jetzt erstmal ein bisschen mehr da raus holen. Weil ich kenne mich nicht damit aus, Leute. Ich kann damit nicht umgehen. Auf jeden Fall hoffe ich, das passt jetzt. Aber ich glaube schon. Jetzt geht es auf jeden Fall deutlich besser. Ich hoffe, es reicht aus. Weil ich habe so viel reingetan. Das glaubt ihr gar nicht. Also ich werde auf jeden Fall gleich mit einer Gabel da mal reingehen. Oder mit den Holzstäbchen da. Papierstäbchen und versuchen, das irgendwie ein bisschen besser aussehen zu lassen. Mir das so aussieht wie Fell. Ich hoffe wirklich, das reicht. Habt ihr schon mal so einen Gingerbread Man gemacht? Aber so einen richtig aufwendigen. Das habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Ich habe mir einen Grinch Pulli angezogen. Wo Grinch Mist draufsteht. Ich glaube, das war eigentlich ein Pyjama. Aber ich trage das auch so. Ähm, aber psst. Das wisst nur ihr. Das sieht jetzt nicht so schön aus. Aber mit einer Gabel geht man so ein bisschen rein. Und dann macht man das Ganze ein bisschen, ja, zotteliger. Ein bisschen so, dass es aussieht wie Fell. Und kann man es auch besser verteilen. Weil die Masse ist sehr klebrig, Leute. Sehr dick und klebrig. Ich hoffe, das sieht am Ende auch gut aus. Und es ist was Selbstgemachtes. Hallo, wenn der Grinch das nicht liebt, dann weiß ich auch nicht. Ein selbstgemachtes Geschenk für ihn. Nicht für mich. Auf jeden Fall versuche ich jetzt hier so Schlangenlinien zu machen. Und dann verteile ich das wieder so mit meiner Gabel. Wer würde gerne mit mir einen Gingerbread Man machen? Leute, macht mir jetzt ein paar Weihnachtsemojis unten rein. Lasst mich nicht alleine. Ich glaube, am Bauch muss auf jeden Fall mehr Icing rauf. Also wenn ihr da auch nicht in Weihnachtsstimmung kommt, dann weiß ich auch nicht. Oh mein Gott. Das kommt hier sogar durch. Ich habe gesehen, einige machen hier vorne auch noch an der Schnauze so ein bisschen gelb dazu. Damit das ein bisschen realistischer aussieht. Weil er ja ein bisschen heller wird an der Schnauze. Damit es auch so ein bisschen mehr 3D aussieht. Okay, das läuft von oben wieder hier runter. Durch das Küchenpapier. Ist aber richtig viel Zucker drin. Ich sage es euch, Leute. Ich habe so viele Packungen gerade mit Puderzucker benutzt dafür. Ich glaube, das waren 5 oder 6 Stück. 6 Stück? Doch, 6 Stück habe ich benutzt. 6 Packungen. Jetzt sieht man auf jeden Fall seinen weißen Bauch nicht mehr. Ist eigentlich seine Nase irgendwie... Ist die grün oder schwarz? Ich glaube, grün, ne? Für die Nase, was nehmen wir da? Einen halben Smartie oder so? So sieht jetzt mein Lebkuchenmann hier aus. Ein dicker Grinch. Aber der ist ja noch nicht ganz fertig. Wir brauchen, ja, wie gesagt, ein bisschen Gelb hier oben. Ich habe hier so ein bisschen versucht, Gelb zu mischen. Aber unser Gelb hier in Deutschland, die Lebensmittelfarbe, ist irgendwie nicht so intensiv. Ich hoffe, es reicht. Und hier habe ich weiß noch für die Augen. Es ist zum Glück auch noch nichts Gruseliges passiert, ne? Das ist mir gerade mal so aufgefallen. Was ist los hier? Vielleicht machen wir tatsächlich das Richtige, Leute. Und dem Gelb jetzt hier rauf. Ich glaube, ich habe sowieso ein bisschen zu viel gemacht. Und jetzt sehe ich keinen Unterschied. Ich habe jetzt gerade einen Ohrwurm, Leute. Von dem In-der-Weihnachts-Bäckerei-Song. Und genau so fühle ich mich gerade. Wäre doch bitte auch so perfekt. Ich glaube, da gehört noch ein bisschen Weiß drum. Die Augen müssen, glaube ich, noch ein bisschen größer. Und jetzt kommt hier so ein bisschen schwarze Lebensmittelfarbe drauf. Auf jeden Fall kommt da auch noch der Mund drunter. Dann arbeiten wir ein bisschen mehr rein. Was ist das überhaupt? Wenn ich das ein bisschen höher machen soll? Keine Ahnung. Wir brauchen auf jeden Fall doch noch ein paar Smarties. Und zwar machen wir hier einen hin. Seinen Mund. Und da einen. Ein Happy Grinch hier. Und dann haben wir noch ein Grün für seine Nase. Ich glaube, ich lasse es jetzt erst mal so. Weil man erkennt schon den Grinch. Und ich werde ihn jetzt noch ein bisschen dekorieren. Ist eigentlich nicht schlimm, wenn sich das so ein wenig verteilt. Hauptsache, das meiste landet irgendwie auf seinem Dingbauch. Das ist jetzt mein Grinch geworden. Sieht ein bisschen creepy aus. Aber soll er auch eigentlich. Weil er sieht ja schon ein wenig unheimlich aus. Und ja, er ist komplett grün geworden. Ich habe ihn schön dekoriert und so. Und ich bin recht zufrieden mit meinem Ergebnis. Weil es tatsächlich schwerer ist, als es aussieht. Also mit ein bisschen Übung würde ich wahrscheinlich noch besser werden. Aber für den Grinch wird das wohl reichen, oder? Bewertet mal gerne meinen Lebkuchen-Grinch. Und ich kann mich sagen, ich habe echt viel lieber reingesteckt, Leute. Seid nicht so streng mit mir, okay? Auf jeden Fall, ja. Ich werde jetzt ein Bild machen und es dem Grinch schicken. Soll ich noch schreiben? Ich hoffe, ich bekomme meinen Weihnachtsbaum zurück. Nee, ich schreibe lieber hier für dich ein Geschenk. Mit dem Smiley. Weil es soll ja aus dem Herzen kommen, ne? Ein Haken, Leute. Hat er mich blockiert, oder was? Jetzt wird es zugestellt. Ich habe mich doch nicht blockiert. Ich finde, das sieht echt nicht schlecht aus. So, wo ich das auf dem Bild sehe, finde ich es echt nicht schlecht. Warte, er ist online gekommen. Leute, er hat geschrieben. Das sieht ja richtig fürchterlich aus. Ist das jetzt positiv gemeint, oder negativ? Komm damit zum Park um 3 Uhr nachts und finde, was das dir gehört. Traust du dich? Will er sich davon selbst überzeugen, oder was? Kriege ich jetzt endlich meinen Weihnachtsbaum? Leute, lasst mal unbedingt einen Daumen nach oben, da wenn ihr meint, wir können den Grinch trauen und ich bekomme meinen Weihnachtsbaum jetzt zurück. Meint ihr, das soll ich machen? Aber warum hat er gesagt, das sah fürchterlich aus? War das jetzt nett gemeint? Kann man ihm trauen? So, Leute, ich habe das jetzt noch ein klein wenig geändert. Ich glaube, jetzt sieht es ein bisschen mehr aus wie der Grinch. Ich habe nämlich gesehen, die Schnauze wurde meist so ein bisschen mehr, ja, mit Schwarz deutlicher gemalt. Also habe ich das jetzt auch gemacht und versucht. Und ich glaube, jetzt ist es vielleicht weniger fürchterlich.